So, wir sind jetzt gerade beim Deutschen Hamtverband hier in Prenzlauer Berg. Bei mir ist Georg Wurt, der Geschäftsführer des Deutschen Hamtverbandes. Was ist der Deutsche Hamtverband, was macht ihr? Ja, wir setzen uns für die Legalisierung von Cannabis ein, logischerweise als Handverband für die Entkriminalisierung der Konsumenten, für Cannabis als Medizin und Cannabis als Bio-Rohstoff. Aus diesem Bereich Cannabis, wenn du da sehr aktiv bist, was heißt da für dich selbstbestimmtes Leben? Ja, das heißt, dass Hanfkonsumenten tatsächlich nicht selbstbestimmt leben können, so wie das jeder normale Alkoholkonsument kann. Er muss sich da nicht verstecken. Er kann halt gelegentlich eben sein bevorzugtes Bier, Schnaps, Wein, wie auch immer trinken, ohne irgendwelche Probleme. Hanfkonsumenten werden staatlich verfolgt. Sie werden zu Straftätern abgestempelt und das hat vielfältige Auswirkungen auf ihr Leben. Teilweise verlieren sie ihren Führerschein, obwohl sie gar nicht berauscht gefahren sind, verlieren dadurch ihren Job, können theoretisch ihre Wohnung verlieren, zum Beispiel weil sie selbst ein paar Pflanzen zum Eigenanbau anbauen. Es ist also ein Leben in Heimlichkeit und hat mit freier Entfaltung wenig zu tun. Jetzt komme ich als Politiker bei dir vorbei, von der Grünen Partei, aber auch einer, die in Berlin regiert. Was sind so seine zentralen Forderungen? Ich finde den Koalitionsvertrag zum Beispiel ganz gut, weil er dieses kommunale Cannabis-Modellprojekt beinhaltet und wünsche mir, dass das wirklich auch massiv verfolgt wird, dass der Antrag geschrieben wird und im Zweifelsfall auch geklagt wird, während ja gleichzeitig im Bundestag auch darüber diskutiert wird, das rechtlich klarzustellen, dass Berlin das wirklich machen kann. Dann wird einiges an Geld kosten, sicherlich müssen wir dann auch mal darüber diskutieren, dass das Geld wirklich bereitgestellt wird. Es ist ja schon einiges auch bereitgestellt. Also durchziehen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Was auch zum Beispiel eine klare, dringende Forderung wäre, dass reine Besitzdelikte, also jemand wird mit zwei Gramm irgendwo im Park erwischt, ohne Zusammenhang mit Straßenverkehr, nicht mehr an die Führerscheinstelle gemeldet werden, weil das das Gleiche ist, als würde jemand mit zwei Flaschen Bier aus dem Supermarkt kommen, die Polizei sieht das und sagt der Führerscheinstelle Bescheid, oh, der hat zwei Flaschen Bier. Ja, das muss nicht sein, das hat mit Sicherung des Straßenverkehrs nichts zu tun und das auch auf Landesebene zu regeln. Das heißt, wer nicht bekifft Auto fährt, darf auch nicht den Führerschein verlieren. Denken wir über diese paar nichts nach und wir sehen uns bald wieder. Danke, Jörg. Tschüss.